Bhagavad Gita, erstes Kapitel, Verse 16-18 König Yudhishthira, der Sohn Kuntis, ließ sein Muschelhorn Anantavijaya ertönen, und Nakula und Sahadeva bliesen das Sugosha und das Mani Pushpaka. Der große Bogenschütze, der König von Kaji, der große Kämpfer Shkihandi, Trishtadyumna Virata und der unbezwingbare Sadjaki, Trubata, die Söhne Traupadis und die anderen, O König, wie der Sohn Subadras, bliesen ebenfalls mächtig bewaffnet ihre jeweiligen Muschelherne. Sanjaya gab König Dhritarashtra mit sehr viel Feingefühl zu verstehen, dass seine unkluge Politik, die Söhne Pandus zu betrügen und sich darum zu bemühen, die eigenen Söhne auf den Thron des Königreichs zu bringen, nicht sehr lobenswert sei. Die Vorzeichen deuten schon jetzt darauf hin, dass die gesamte Kuro-Dynastie in dieser großen Schlacht vernichtet werden würde. Angefangen mit dem Anheer Bhishma bis hinunter zu den Enkeln wie Abhimanyu und anderen. Einschließlich der Könige aus vielen Reichen der Erde waren alle dort Anwesenden dem Untergang geweiht. Die ganze Katastrophe war die Schuld König Dhritarashtras, weil er die Politik seiner Söhne unterstützte.